Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung belegt eindeutig, dass die deutsche Wirtschaft weiter wächst, erwartet wird jährlich ein durchschnittliches Wachstum von 1,4 Prozent. Aber diese Dynamik an Wirtschaft, Wachstum kann an Stabilität verlieren. Da haben wir heute schon zahlreiche existenzielle Entwicklungen in der nahen Zukunft angesprochen. Ich will sie noch mal kurz in Stichworte zusammenfassen. Der Brexit, der Rechts- und auch der Linkspopulismus in Europa, die neue Trump-Regierung, das schwierige Verhältnis zu Russland und die damit verbundene Neuausrichtung der EU. Dabei müssen wir in die einzelnen Branchen hineinschauen, denn da ist das Wirtschaftswachstum sehr unterschiedlich. So ist die Auftragslage in der Stahlindustrie besser als erwartet. Das ist eine deutsche Kernbranche mit 87.000 Arbeitnehmern, und die ist gefährdet durch die Billigimporte aus China. Wir haben ja auch hier zeitnah im Bundestag einen Antrag gemeinsam als Große Koalition eingebracht und das auch entsprechend thematisiert. Die Prognosen für die Automobilbranche sehen deutlich schlechter aus. Und wenn ich Ihnen, Herr Stemmertz, Sie mir gut zugehört habe, mit Ihrer Verbotspolitik, wie Sie die Verbrennungsmotoren in Deutschland verbieten wollen, dann können wir nur ganz klar als Union gegenhalten, mit Blick gerade als Niedersachsen auf meine Region. Das sind Zulieferindustrien. Und Ihre Politik führt zu mehr Arbeitslosigkeit, zu weniger Ausbildung. Und das ist mit der CDU und CSU-Politik im Deutschen Bundestag nicht zu machen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist heute auch viel über Protektionismus gesprochen worden. Da gucken wir nicht nur rüber zu den Vereinigten Staaten, wo womöglich Schutzzölle für ausländische Waren erhoben werden. Wir müssen auch zu den G20-Staaten anschauen. Und da hat das Gutachten auch einiges zu ausgesagt. Wir wissen ja, dass die G20-Staaten Befürworter des Freihandels sind. Und da steht tatsächlich drin, dass die Zahl der Handelshemmnisse in den vergangenen Jahren sehr weit angestiegen ist. Seit der Finanzkrise 2008 wurden über 1200 neue bürokratische Vorschriften eingeführt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das bestätigt, was auch in der Debatte zu CETA und TTIP herausgekommen ist, dass der Sinn für Welthandelspolitik in der Öffentlichkeit und auch in Fachkreisen stetig abnimmt. Und ich will auch sagen, gerade mit Blick auf das Akkommen mit Kanada, da haben auch die Grünen und auch die Linken über Monate dagegen gehalten. Und diese Politik gegen den Freihandel, da sagen wir als Union doch immer wieder ganz deutlich, wir brauchen doch diese offenen Märkte. Denn gerade diese Offenheit treibt doch die wirtschaftliche Dynamik an. Und wir sind eine Exportnation. Und daraus wird letztendlich auch unser Wohlstand generiert. Und deswegen verdanken wir das einem offenen Welthandels. Zugleich sind globale Marktentwicklungen unberechenbarer geworden. Wir sehen das in den Bilanzen der Firmen. Da kann man von einem satten Gewinn in einem Quartal ausgehen. Und das kann auch bis zum totalen Einbruch führen. Und das ist alles in einer Jahresbilanz möglich. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns auch konzentrieren auf unserem gemeinsamen EU-Binnenmarkt. Und in Zukunft wird das noch viel wichtiger, wenn wir wissen, dass der US-Markt weitaus schwerer zugänglich sein wird. Wir brauchen noch eine ausgewogene und offene, soziale, ausgewogene Wirtschaftspolitik. Das ist ja ein Markenkern gerade der Union. Und der Wirtschaftsberechter zeigt das auch, dass diese Ergebnisse sich sehen lassen können. Die Arbeitslosigkeit liegt bei 6,1 Prozent auf dem niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung. Wir haben eine Rekordbeschäftigung von über 43 Millionen Menschen. Und die Gehälter steigen an. Und der private Konsum zieht ebenfalls an. Die Start-up-Szene ist deutschlandweit gut gewachsen. Und auch entgegen der Befürchtung der Ökonomen hat der Mindestlohn nicht zu mehr Arbeitslosigkeit geführt. Im Gegenteil. Vier Millionen Menschen, vier Millionen Arbeitnehmer profitieren von dem gesetzlich geregelten Mindestlohn. Und wir müssen jetzt natürlich die Frage stellen, was brauchen wir jetzt? Nein, Herr Kollege, das habe ich immer so beantwortet. Was brauchen wir jetzt, damit unsere Wirtschaft auch in Zukunft gut aufgestellt ist? Wir brauchen da eine gute Kombination aus Investitionen und Industriepolitik sowie Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik. Dazu gehört vor allem eine moderne Infrastruktur und insbesondere auch Fördermittel für Innovationen, die die Unternehmen direkt und vor allem unbürokratisch erreichen. Und da müssen wir nach dem aktuellen Stand der Digitalisierung in unserem Land fragen. Deutschland ist weiterhin Weltmarktführer bei der Fabrikausstattung, Stichwort Industrie für Null. Aber es braucht auch bei einer industriellen Standortpolitik auch weitere Maßnahmen, um das zu stärken, damit wir weiterhin vor den USA und auch vor China lesen. Wir brauchen also einen Wissens- und Technologievorsprung, den wir ausbauen müssen. Die Unternehmen investieren zu wenig in IT und TK hinein. Und wenn wir dann hineinschauen, was die öffentliche Hand in Deutschland investiert, dann sind das lediglich 14 Prozent. Und da sage ich schlichtweg, das ist zu wenig. Und deswegen müssen wir die digitale Entwicklung in den Zukunftsbereichen vorantreiben. Und ich will das mal in vier Punkten umschreiben. Da haben wir einmal die digitale Infrastruktur. Wir müssen den Ausbau von Breitband und Mobilfunk beschleunigen. Das muss einfach zeitlich schneller vorangehen. Und wir sind ja auf den Weg in eine Gigabit-Gesellschaft. Und wir dürfen nicht bei 50 Megabit stehen bleiben. Und in der digitalen Bildung, da sind nicht nur Whiteboards und Tablets in den Schulen gefragt, sondern vor allem Lehrer mit Know-how. Wir müssen auch auf Quereinsteiger setzen. Und die Wirtschaft, sie braucht zigtausende von Programmierern. Wir brauchen also mehr Informatikstudiengänge. Und wenn ich in mein Bundesland Niedersachsen hineinschaue, da werden lediglich 20 Quereinsteiger jedes Jahr für den Informatikunterricht ausgebildet. Und das zeigt, das ist im Grunde genommen ganz unten. Und wir brauchen die Berufsschule, die digitale Berufsschule, damit die Auszubildenden in den Bereichen IT auch fit gemacht werden. Der digitale Mittelstand, den müssen wir ermutigen, neue innovative Geschäftsmodelle anzugehen. Und hier brauchen wir vor allen Dingen im Bereich der Wertschöpfung und auch bei der Effizienz Steigerung. Und das Bundesamt für Sicherheitstechnologie, das BSI, das kann hier als Dienstleister für den Mittelstand auftreten, damit gerade im Bereich der Sicherheit hier die Grundlagen besser gelegt werden können. Und an letzter Stelle, und da steht sie tatsächlich, die digitale Verwaltung. Schon seit 20 Jahren sprechen wir über E-Government. Und wir haben das ja auch bei der Flüchtlingskrise erlebt, dass es zu wenig Bundes-, Landes- und kommunale Vernetzung gibt. Und da müssen wir handeln. Das muss im Grunde genommen in der nächsten Periode weitaus stärker angegangen werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich halte fest, die Rahmenbedingungen im Welthandel sind komplizierter geworden. Und wir müssen noch stärker auf Märkte und Branchen kontinuierlich eingehen. Sie müssen intensiver beobachtet werden, um auch hier neue Wirtschaftsräume aufzumachen. Aber ergänzend und abschließend möchte ich sagen, wir brauchen einen digitalen Druck in unserem Land. Nur so sichern wir über dieses digitales Fundament Wohlstand, Standort und auch Wettbewerb. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.